Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Verbindungen aus Verben und anderen Wörtern genauer an. Zuerst die Kombinationen, dann im zweiten Teil die Erklärung. Er ist oder weiß es besser? Sie läuft amok. Er geht baden. Sie macht oder ist blau? Er ist oder hat frei? Es fällt ihr leicht. Er fährt Auto. Sie ist oder geht bankrott? Er ist aus Eis. Sie ist oder gerät in Not. Und jetzt die Erklärungen. Er ist besser. Das heißt, er ist besser als jemand anders. Er weiß es besser. Er weiß mehr darüber. Sie läuft amok. Das ist ein Wort, das man benutzt, wenn jemand wahllos Leute tötet. Er geht baden. Das kann heißen, er geht wirklich baden. Oder er bekommt Probleme. Sie macht blau. Das heißt, sie sagt, dass sie krank ist, ist sie aber gar nicht. Sie ist blau. Sie ist betrunken. Er ist frei. Das heißt, nicht gefangen. Er hat frei. Er muss nicht arbeiten. Es fällt ihr leicht. Es ist einfach für sie. Er fährt Auto oder mit dem Auto? Sie ist bankrott. Sie ist pleite. Sie hat kein Geld mehr. Sie geht bankrott. Sie bekommt kein Geld mehr. Er ist aus Eis. Er ist aus Eis gemacht. Sie gerät oder ist in Not. Sie ist in Not. Sie hat Probleme. Sie gerät in Not. Sie bekommt Probleme. Und noch einmal. Er ist oder weiß es besser. Sie läuft amok. Er geht baden. Sie macht oder ist blau. Er isst oder hat frei. Es fällt ihr leicht. Er fährt Auto. Sie ist oder geht bankrott. Er isst aus Eis. Sie ist oder gerät in Not. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020